Das ist mein erstes Rennen. Ich habe die Hunde hoffentlich gut trainiert und jetzt müssen wir sehen, wie sie laufen. Ich versuche es am Start sehr ruhig zu halten, damit wir gut loskommen und dann hoffen wir, dass nichts schief geht und alles gut läuft. Da ist der Tai. Der Tai ist jetzt 14 Wochen alt. Das Ganze machen wir seit dreieinhalb Jahren. Von dem Tai haben wir die Elterntiere sowie Oma und Opa. Und bis er überhaupt hier mitfahren darf, dauert es noch ein Jährchen. Der Zusammenhalt, die Hunde kennen, wissen, welche Hunde wo eingespannt werden, Vertrauen ganz wichtig. Das sollte alles vorhanden sein.